Mit viel Spannung und einer ordentlichen Portion Skepsis wird Venom erwartet. Bevor ihr die Antwort selbst im Kino erfahren werdet, habe ich für euch hier einige Dinge, die ihr unbedingt zum Filmstart wissen müsst. Zu Beginn ist es sicherlich hilfreich zu erfahren, worum es letztlich in Venom überhaupt geht. Im Film kommt der investigative Journalist Eddie Brock den zweifelhaften Machenschaften der Life Foundation auf die Schliche, die mit außerirdischen Symbionten experimentiert und arbeitet. Während seiner Untersuchungen verbindet sich der Symbiont namens Venom mit ihm, also Eddie, und zwingt ihn seine extraterrestrischen Gewaltfantasien auszuleben. Tom Hardy hat hier die Hauptrolle übernommen und sein Sohn Louis ist selbst ein großer Venom-Fan und ihm zuliebe hat Tom Hardy die Rolle unter anderem angenommen. Er wollte etwas tun, was auch seinen Sohn schauen könnte, daher habe er sich extra etwas ausgesucht, wo er Menschen den Kopf abbeißt, gab Tom Hardy ironisch in einem Interview zum Besten. Tatsächlich half auch ihm sein Sohn bei der Ergründung des Charakters, da Tom Hardy die Figur noch nicht sonderlich gut kannte. Die Optik und der Stil des Films lehnen sich an Horrorregisseure wie John Carpenter oder David Cronenberg an. Außerdem beeinflussten auch Horrorkomödien wie American Werewolf Ghostbusters die Machart. Passend dazu hat Ruben Fleischer die Regie übernommen, der auch schon die Horrorkomödie Zombieland zu einem Überraschungshit machte. Düster trifft Entertainment trifft Marvel, man darf also gespannt sein. Ursprünglich sollte ein Venom-Einzelfilm schon viel früher erscheinen und direkt als Spin-Off vom 2007er Spider-Man 3 gedreht werden. Doch als klar war, dass Venom-Darsteller Topher Grace nicht zurückkehren würde und klar war, dass es ein Reboot von Spider-Man geben sollte, musste alles erneut auf Null gesetzt werden und der Titel Venom Carnage wurde announced. Weitere Rebootpläne und die enge Zusammenarbeit von Sony und Marvel sorgten wieder für Wartezeiten. Ob es bei einem einmaligen Ausflug von Venom bleibt, entscheiden letztlich wohl Qualität und das Einspielergebnis. An der Figur soll es nicht scheitern, diese ist für Tom Hardy schließlich die coolste im Marvel-Universum. Gut, das muss er jetzt auch sagen, denn er spielt ja diese Figur, aber er sagt, dass diese Figur wahnsinnig viel Stolz habe und eine sehr ehrenhafte Attitübe. Außerdem sei er ein tragischer Clown, der seine Superkraft nicht haben will und zur gleichen Zeit dennoch liebt, er ist somit Held und Anti-Held zugleich. Die Darstellung von der Figur Venom wollte Tom Hardy ursprünglich mit Hilfe des Motion-Capturing-Verfahrens umsetzen. Doch dafür ist Tom Hardy knapp 30 cm zu klein, um die Figur glaubhaft und größenverhältnisgetreu zu spielen. Entsprechend sind alle Venom-Shots zu 100% am Computer entstanden. Wir sehen also eine reine CGI-Figur. Jedenfalls schauspielerisch sollte bei diesem Film nichts anbrennen, denn es mangelt nicht an preisgekrönter bzw. Oscar-nominierter Unterstützung. Neben Tom Hardy selbst sind nämlich auch noch Michelle Williams und Woody Harrelson an Bord. Und auch wenn es der fünfte und letzte Marvel-Comic-Film in diesem Jahr ist, so ist Venom ähnlich wie die X-Men und Deadpool kein Teil des Marvel Cinematic Universe. Thanos hat hier also noch nirgends geschnipst. Dennoch sollte die Verfilmung ursprünglich etwas mit Deadpool gemein haben. Ein R-Rating und damit deutliche Gewaltszenen sowie derbe Sprachelemente. Damit man aber doch Crossover-Filme mit Spider-Man umsetzen könnte, entschied man sich für ein PG-13. Auf den ersten Blick eine Entscheidung, die man mindestens anzweifeln darf. Gerüchte bezüglich eines R-Rated Directors Cut halten sich hartnäckig, obwohl diese erst neulich von den Produzenten selbst dementiert wurden. In Großbritannien kommt der Film allerdings erst für Zuschauer ab 15 in die Kinos, womit klar wäre, dass Tom Hardys Sohn Louis den Film doch noch nicht schauen darf, jedenfalls nicht in seiner eigenen Heimat. Seid ihr euphorisch oder skeptisch, was Venom betrifft? Lasst darüber gerne diskutieren oder ihr schaut zwei andere Videos von mir. Entweder das Interview mit Rami Malek zu Bohemian Rhapsody. Er spielt Freddie Mercury und stellte sich meinen Fragen. Oder ihr schaut die letzte Folge der Filmfakten mit den Unglaublichen Teil 2. So oder so, ihr werdet weise entscheiden. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut und adieu.